Mein Herz schlägt drück, drück, weiß, drück, weiß Und auch Molay und Guendouzi waren ja Objectives Das heißt, Lemelieu, Diaby, Mbappé und Diata musste ich mir kaufen Er natürlich der teuerste Aber generell, die Weekend League hat Bock gemacht mit dem Team Diata mega nice, Diaby nicht nice Aber der Rest hat mega Bock gemacht Deswegen werde ich wahrscheinlich auch die nächste Weekend League mit dem Team spielen Hier seht ihr einmal den Weekend League Plus Player Pick, den ersten den ich hatte Da war Casemiro drin, nimmt man auf jeden Fall mit Dann habe ich nebenbei noch Bad Chiche, hatte ich gezogen In dem What-If Pack Und Christian Tello hatte ich die SBC gemacht Deswegen, ja, beten wir einfach mal, dass Tello das Upgrade kriegt Bad Chiche hat es ja schon gekriegt Und wir machen heute mal wieder ein Quickie, was die Rewards angeht Team habt ihr gesehen, wir schauen noch einmal aufs aktuelle Team der Woche Wenn es denn mal laden würde, Dankeschön Ich finde es nicht ganz so stark Alle spekulieren, ob Messi und Ronaldo zusammen reinkommen Und es kommt einfach gar keiner Props an EA Ich vermute ja, dass dann morgen ein Event kommt Foot Birthday wahrscheinlich Wo einer von beiden dann definitiv drin sein wird Weil sonst kann ich mir das nicht erklären Und ich finde das Team of the Week nicht so stark, muss ich sagen Also Martinez wäre so mein Favorite Da würde ich mich, glaube ich, am meisten freuen Dann wären halt noch Jota Und De Bruyne wären auf jeden Fall noch nice Und Silas würde man mitnehmen als Superstar Und Tierney wäre auch nicht schlecht Aber ansonsten, das ist jetzt alles nicht so, wo ich ausraste Also Martinez und De Bruyne wären halt so die Big Puls, sage ich mal Und damit wollen wir nicht groß drum herumquatschen Wie gesagt, wir machen wieder heute ein quickie, kleines Video am Donnerstag Ja, wir gehen rein Ich sage nochmal, checkt gerne meinen Zweitkanal LukeTubeTV ab Da wird morgen um 14 Uhr auch der Kanal-Trailer online kommen Und ja, dann wird es da in Zukunft auch definitiv mehr Content geben Und damit gehen wir jetzt rein in die Rewards Ich stehe gerade vor einer richtig großen Herausforderung Wir sind bei den Division Rivals Rewards Und ich überlege, wir haben 75.000 Coins Also Rang 1 bin ich geworden Das ist enorm stark Aber ich will auch Wir machen SBCs halt mega Bock Und hier würde es halt richtig SBC-Futter höchstwahrscheinlich geben Also hier haben wir große Wahrscheinlichkeit, dass wir da mal was dabei haben Was man gut einbauen kann Und ja, ich würde sagen Einmal Einmal nehmen wir die Untrade-Packs Wenn die geil sind, kann man das öfter nehmen Aber wenn die reinscheißen, nehmen wir dieses Jahr nie wieder Untrade Sondern immer die Münzen Aber wir probieren es mal Ich hoffe, EA belohnt mich dafür Ihr seht schon, das ist gestört Wir haben 8 Sets von Division Rivals Da kann doch mal was dabei sein Wir starten direkt rein, ohne groß rumzulabern Mit einem seltenen Gold-Set Da erwartet noch nicht allzu viel Wenn da schon ein 83er drin ist Pop, bin ich schon zufrieden mit dem Set Es ist ein 83er drin Da sagt man auf jeden Fall nicht nein Was haben wir jetzt lag? Italien, Innenverteidiger, Acerbi Das ist, äh, ja, gut Aber das Rating nimmt man mit Nächstes seltenes Gold-Set Wieder ein 83er, dann sage ich gar nichts Dann bin ich eigentlich schon zufrieden mit den seltenen Gold-Sets Walkout im seltenen UCL Walkout im seltenen Gold-Set Überruhigen wir uns alle wieder Brasilien, ZM, Alain Ne, Alain, kein Walkout Das ist Arthur Herzlichen Glückwunsch Aber Leute, das Rating Das Rating nimmt man mit Und dahinter noch ein Jeko Das ist ein Traum Und 4000 Münzen Jawoll Die Packs gönnen bisher Damit gehen wir rein ins erste von 4 Megasets Die seltenen Gold-Sets Sex Seltenen Gold-Sets Waren schon überragend Und auch hier fahren wir wieder durch Das ist Weltklasse Argentinien Links hat der Taglier Fico dürfte es sein Ne, Acuna Kann man sogar noch besser legen Noch ein 83er Mein Plan geht bisher richtig gut auf Und da ist sogar noch ein 83er hinter Seltene Gold-Sets Äh, seltene Also was rede ich hier? Untread-Rewards werden belohnt Das wollte ich sagen Nächstes Megaset Ohne viel Quatschen Einfach rein in den Laden Mit bisschen Ladezeit Ist okay, ey Lass dir Zeit Der Walkout muss sich aufladen Es ist kein Walkout Und wir fahren nicht durch Das erste schlechte Set Das war Conme Boy Herzlichen Glückwunsch Nächstes Megaset Rein in den Laden Vorletztes Megaset ist das Danach kommen noch die seltenen Megasets Da muss dann auch ein bisschen was kommen Wir fahren wieder durch Wir fahren wieder durch Was haben wir? Serbien Links, Milch und Kostic Hat der 83 oder 84? 84 war Baba Ja, schade Letztes Megaset Wir gehen einfach rein Ich sage mittlerweile nicht mehr Dass ich ein 83er haben will Weil ansonsten kriegt ihr Wahrscheinlich auch langsam Zu viel davon Ja, EA Das muss jetzt ein dicker Fisch werden Oder was? Der muss lange laden Was haben wir drin? Ist es wieder ein Walkout? Das wäre schön Es ist kein Walkout Es ist nicht mal Irgendwas zum Durchfahren Das ist wieder Conme Boy Aber dahinter Ein 84er Pizzi Ich meckere nicht Jetzt kommen wir zu den beiden 55ern Da erwarte ich jetzt Da muss auf jeden Fall Immer ein Schlitz drin sein Und ein Walkout Aus den beiden Sets Wäre auf jeden Fall schön Aber bei EA Kann man ja nie allzu viel erwarten Es ist erstmal kein Walkout Aber wir fahren durch Das ist schon mal gut Jetzt eine 85 oder so Wäre geil Ähm Gabriel Jesus Ist eine 83 Nehmen wir mit Ja, da ist noch ein 83er hinter Und das ist kein schlechter Ein Dembélé Den nimmt man mit Ist hier hinten vielleicht sogar noch ein 83er? Ne, hier ist nur Much So Letztes seltenes Megaset Jetzt nochmal bitte Walkout EA Und dann habt ihr mich Das, dann bin ich Dann habt ihr mich glaube ich Mit den Untrade Packs Es ist kein Walkout Es ist nicht mal ein Schlitz Och EA Das muss doch jetzt nicht sein Damit sind wir durch Mit den Rivals Rewards Und ich muss sagen Die Untrades Es war in Ordnung Der eine oder andere 83er Ein 84er war dabei Aber ich hätte mir dann doch So einen Walkout Oder so einen 87er So einen Buscats Der nicht spielbar ist Aber der gut für Rating Das hätte ich mir dann doch gewünscht Also ich glaube das Ja mit den Untrade Rewards Lassen wir lieber filmen Fürs nächste Mal Damit geht es jetzt aber rein In die Rewards Auf die ihr wahrscheinlich Alle gewartet habt Foot Champions Rewards Gold 1 Hab ich geholt Wenn man noch nicht auf Insta folgt Da habe ich es auf jeden Fall Euch ein bisschen gezeigt Wie enthusiastisch Ich den Rang entgegengenommen habe Also gerne nochmal Insta abchecken Blende ich hier einmal irgendwo ein 50.000 Münzen 200 Karsets Zweimal Player Picks Und 4 Spieler zur Auswahl Da kann was Gutes bei rumkommen Leider kein Event Was ich aus den 100 Karsets ziehen kann Aber ist das so Normalen Ronaldo nehme ich auch Jetzt bei den Player Picks De Bruyne oder Martinez Dann ist Gold 1 Ist einfach top 3, 2, 1 Boom Gehen wir rein Gönn mir einfach irgendwas Nices Spielbares Das äh Ja Das äh Ist Kade Ure Er ist schnell Aber das ist auch das einzige Was er kann Dann nehme ich ihn Aber vielleicht Vielleicht gönnt ihr mir Wenn ich jetzt hier Einen schlechteren mitnehme Vielleicht gönnt ihr mir Dann ja gleich einen guten Dann sehen die Die haben nur Der hat nur einen 75er Deswegen kriegt er jetzt Einen Martinez Auf Tasche Es ist wieder Komplett räudige Scheiße man Und eigentlich Aus den 100 Karsets Erwarte ich jetzt Eigentlich 200 Karsets Zwei Walkouts Ich sag's so wie es ist Die haben mich so enttäuscht Ich hab ja schon mehrmals Gold 1 gemacht 14 Packs hat's gedauert 1400 Karsets Bis mein Walkout drin war Ich will ne Entschädigung Auch die Player Picks Waren wieder muck Ich mein dann De Bruyne würde ich auch ziehen Würde ich auch ziehen Sag ich nicht nein Wir gehen rein Ich will da jetzt Walkouts ziehen EA da gibt's keine zwei Meinungen Gib mir da jetzt Den Walkout Danke EA Danke schön Das ist ein Inform Wenn das jetzt De Bruyne ist Das ist Holland Das ist Oh ne Den wollte ich nicht ziehen Ach man ey Vielleicht ist ja noch was dahinter Ja Ein Milinkovic Ein Rodri Ein Gerard Moreno Okay Es ist in Ordnung Das ist ein gutes 100 Karset Da beschwere ich mich nicht 86er Inform Ist wahrscheinlich Nix wert 60 Kars nimmt man aber auch mit Muss man mal sagen Wie es ist die Nimmt man auch mit Den biete ich direkt an Für 58 Komm ich hab Spendierhosen an Für 58 bieten wir den an Ist top Und die beiden behalte ich erstmal Falls irgendwelche nice SBCs kommen EA Das Set War nice Wenn wir das halten Wenn wir jetzt wieder Ein Walkout haben Ein 85er oder so dahinter Top Bin ich zufrieden Schade EA Ihr habt es nicht geschafft Aber wieder ein Inform Das ist Silas War mein Wituka Der ist 100 Noch was K wert Und es ist kein Walkout Ich freu mich Silas Alter Geil Der ist echt nice Der ist richtig nice Da müssen wir gleich mal gucken Was der wert ist Den würde ich natürlich auch Den hätte ich auch mitgenommen Bei den Player Picks Der ist natürlich auch Super sub nice Par 84er hinter Nice Hier nochmal ein 83er Okay Den müssen wir halt Auf die Transferliste setzen Aber trotzdem Das ist bockstark Ich beschwere mich nicht Silas war mein Wituka Ist keine 100k mehr wert Ah schade Ich überlege gerade Verkaufe ich den Oder nehme ich den mit Und spiele als super sub Aber ich glaube ich verkaufe den Der wird glaube ich eher sinken Als steigen Komm Für 87k Aber ich meine Das ist besser Als so mancher Walkout Würde ich sagen Also im Endeffekt Ich kann mich nicht beschweren Wirklich Ich bin zufrieden Mit den Food Champions Rewards Kommt nicht oft vor Aber ist so Leute ihr seht Ich könnte ein Food Champions Upgrade Pack machen Oder Player Pick Aber dann müsste ich den Casimiro einbauen Den ich gerade erst gezogen habe Ich bin hier wirklich Am struggeln Ob ich das machen möchte Aber eigentlich Ich meine Der kostet 170k Den könnte man sich kaufen Und der ist jetzt nicht Die geisteskrankeste Karte Überhaupt Also der hat hier 69 Tempo Das ist natürlich Nicht ganz so nice Oh Leute Ich glaube Für die Klicks Leute Für die Klicks Ich glaube wir machen es Aber dann will ich noch einmal Im Video festhalten Was dieser Typ Für den Verein geleistet hat Paulinho 156 Spiele hat er gemacht 39 Tore 49 Vorlagen Als Achter Weltklasse Statistik Ja und die anderen Hab ich nie gespielt Und werde ich auch nicht spielen Deswegen Es muss gönnen Es würde mir Es würde mir so wehtun Wenn das jetzt nicht gönnt Da ist Paulinho Da ist Casimiro drin Das sind die beiden Die am meisten wehtun Ich will jetzt hier was geiles Gönnen mir nochmal Einen Titel fürs Video Gönnen mir Irgendwas geiles Für FIFA passen Ich hab hier einen Salzstreuer Der Salzstreuer macht das Mehrkaufen Jetzt gönnen wir Bitte Irgendwas Das ist gut Das ist gut Grießmann und Ben Yedder Ben Yedder in Rot ist gut Guerrero ist Much Aber Grießmann und Ben Yedder Das nehme ich mit Da werden jetzt aber sofort Die Preise gecheckt Alles klar Die Entscheidung ist gefallen Der passt sogar in mein Team Ich kann Ich kann Ember P verkaufen Und Ben Yedder reinstellen Der passt perfekt Leute Das ist ja mega geil Grießmann kostet halt 126 oder so Das ist ein absoluter Banger in Rot Das ist der absolute Wahnsinn Alter Leute Ich bin grad ein bisschen sprachlos Da bin ich absolut zufrieden Als ich da eben Guerrero gesehen hab Dachte ich mir Ne Das ist ja kompletter Scheiß Aber ein Ben Yedder Der ist ja 10 von 10 wuselig Hoho Ist der geil Alter Das hypt mich echt ein bisschen Auf die Weekend League Ich bin ready Leute Alter Ich bin sowas von ready Für die Weekend League Wenn euch das Video heute gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Auf jeden Fall Checkt mein Insta ab Da werdet ihr ein bisschen was Von der Weekend League auf jeden Fall sehen Vielleicht ein paar In-Game-Szenen sogar Und auf jeden Fall das Team Mit dem ich reingehe Und ja Damit soll es das auf jeden Fall Von heute gewesen sein von mir Lasst einen Daumen nach oben da Abonniert den Kanal Aktiviert die Glocke Das ist auf jeden Fall ziemlich nice Damit bin ich raus für heute Wir sehen uns morgen Bei der Werder Karriere wieder Und beim Kanal Trailer auf meinem Zweitkanal LukeTube TV Abchecken Leute Abchecken Damit bin ich raus Leute haut rein Ciao Outro 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 Outro